Denn ich bin gerade etwas wieder aktiver auf Griefer Games, vielleicht wird demnächst das ein oder andere Video kommen, das weiß ich noch nicht. Einen flauschen guten Tag für euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Skywars auf dem meintracht.net-Server. Und es ist hier gefühlte 40 Grad in meiner Bude, ist wahrscheinlich draußen kühler als innen. Irgendwie fühlt sich das an, das hätte ich hier irgendwie ein bisschen Langsamkeit drauf. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich sonst immer nur mit Schnelligkeit rumlaufe, denn ich bin gerade etwas wieder aktiver auf Griefer Games. Vielleicht wird demnächst da das ein oder andere Video kommen, das weiß ich noch nicht. Da ist halt dann auch immer die Frage, was nehme ich auf und aktuell tue ich nur bauen und farmen und das jetzt actually für ein Video nicht so spannend. Ehrlich gesagt, ich glaube, da schaut sich auch nicht jeder an, gefühlt keiner. Ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so gerne sehen würdet auf Griefer Games. Ich habe auch die Idee, dass ich für eine entsprechende Entgegenleistung von, sage ich mal, 50.000 Dollar, oder es muss auch nicht 50.000 sein, zum Beispiel auch nur 10.000 Dollar irgendein GS Bau, das war so meine Vorstellung, so wie ich dann halt, weil ich stinknormalen Job wollte ich nicht machen, Häuser bauen. Für Geld fand ich da schon geiler. Auf normal eingestellt, ist so ungewohnt. Sonst nur mit den Yeezys rumlaufen und da ist ja Schnelligkeit drauf. Hä? Ah, hier ist einer. Okay, nehme ich. Oh, sehr gut. Hä? Aber das kann es ja hier noch nicht gewesen sein. Ich habe einfach nichts gemacht. Maschallah, einfach der Kermus-Profi. Das Video wird auch wahrscheinlich gar nicht mehr so lang gehen, da ich nicht viel Zeit für ein Video habe. Von den Temperaturen auch jetzt nicht die größte Lust, vom PC zu sitzen und ein ewig langes Video zu cutten. Ich bin auch mittlerweile schon an dem Punkt, dass ich mein Mischpult nur noch anmache, wenn ich auch aufnehme. Weil ich habe, wenn man sich das mal anschaut, deine Hand drauf legt, jetzt noch kühl, weil ich es gerade erst angemacht habe. Aber wer sich in mir gefordert? Weiß ich nicht. Das wird so warm, dieses Mischpult. Das ist ja auch ein großes Teil. Kann man ehrlicherweise sagen. Aber, dass es so verdammt warm wird. Okay, er ist unten. Sehr gut. Ich habe schon wieder gewonnen. Wow. Wir haben auch Gomme-HD hier drin. Das ist ja schön. Hoffentlich hat er den Gomme-Mode nicht an, sonst habe ich was zu befürchten. Naja, egal. Da looten wir. Aber, das ist doch schon mal hier ordentlich. Jetzt wollen wir nur noch mindestens eine Eisen chestplate. Und dann wäre das ein erst mal so ganz lecker. Oder hätten geht auch. Ich nehme, was ich kriegen kann. Hex-Hex und verschwunden sind die Items. Mann, ich bin so ein krasser Dude. Also die Mitte hat mir bis jetzt noch nicht so gut gefallen. Aber vielleicht Oh ja, ganz viele Heilungen. Ganz viele Heilungsfläschchen. Es klingelt an der Tür. Was ein Asimov. Dass sie nicht einmal warten können, bis ich fertig mit der Aufnahme bin. Einfach Rechheit. Könnte ich jetzt den Asi... Oh, ja gut. Er, ja. Na gut. Ich habe auch nicht das beste Equip, aber ich glaube, ich bin da schon gut überlegen. Och, nö. Machst du jetzt den? Hat der es gesehen? Ich glaube nicht, oder? Hä? Warum höre ich so viele Blöcke? Also damit fängst du jetzt nicht an. Ich wollte ihn eigentlich runterkicken, aber... Hat sich ja noch sehr gegeben. Wenn euch das kleine Video trotzdem gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Wird eben unsere beiden neuen Videos. Abonnieren, Glock aktivieren, eine Bewertung da lassen und gerne für den Algorithmus einen Kommentar da lassen. Habe ich glaube ich gesagt. Macht aber auch keiner. Haut rein und ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal.